Sicherlich haben viele von euch schon mal den Begriff Bitcoin in einem Zusammenhang mit Währungen gehört. Doch die wenigsten werden wissen, was genau Bitcoins sind, wie sie funktionieren und was der Begriff Bitcoin Mining bedeutet. Grob gesagt ist der Bitcoin ein weltweites Zahlungssystem, welches jedoch keinen zentralen Standort hat. Außerdem ist er der Name der digitalen Währung, die über dieses Zahlungssystem abgewickelt wird. Meistens, wenn der Begriff Bitcoin fällt, ist genau diese Währung damit gemeint. Im Gegensatz zum herkömmlichen Bankverkehr, bei dem Überweisungen und Transaktionen über eine zentrale Abwicklungsstelle laufen, gibt es eine solche Stelle bei Bitcoins nicht. Überweisungen werden über einen Zusammenschluss von unzähligen Rechnern durch eine Peer-to-Peer-Anwendung durchgeführt. Das heißt, die Daten werden direkt an den jeweiligen Rechner gesendet und es wird kein zentraler Server dazwischen geschaltet. Um den Schutz vor Betrug und Diebstahl zu gewährleisten, werden der Transaktion mit verschiedenen Verschlüsselungsmethoden gesichert. Der Umrechnungskurs von Bitcoin zu Offline-Währungen wie Euro oder US-Dollar wird durch das kapitalistische Grundprinzip des Angebots und Nachfrage bestimmt. Dadurch entsteht der hohe Wechselkurs von Euro in Bitcoin. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos muss man für einen Bitcoin ca. 840 Euro hinblechen. Entwickelt wurde der Bitcoin Core 2008 von einer Person, die unter dem Nickname Satoshi Nakamoto bekannt ist. Die wahre Identität ist ungeklärt, auch wenn es schon einige Vermutungen gab, wer hinter dem Pseudonym stecken könnte. Unter anderem behauptete der australische Unternehmer Craig Steven White hinter dem Pseudonym zu stecken. Das Zahlungssystem wurde erstmals in einem White Paper beschrieben. 2009 wurde eine Open Source Referenz Software dazu veröffentlicht. Daran konnten sich die Entwickler aus aller Welt orientieren, um ein System nach den Vorstellungen von Nakamoto zu entwickeln. Der Bitcoin als Zahlungssystem besteht aus einer Datenbank, der sogenannten Blockchain. Blockchain bezeichnet eine Datenbank, in der jeder eintragt den Hashwert des jeweils vorherigen Eintrages enthält. So lässt sich ein Schutz gegen Manipulationen gewährleisten. Ein Hashwert stellt eine beliebig lange Zeichenfolge in einer festen Länge dar und kann nur in eine Richtung erstellt werden. Das heißt, ein Hashwert kann nicht zurück in einen Klartext verwandelt werden. Es gibt verschiedene Hashverfahren wie SHA256, MD5 und viele mehr. Auch Passwörter werden meistens als Hash in Datenbanken gespeichert. In dieser Datenbank werden alle Transaktionen, die über das Bitcoin-Netzwerk ausgeführt werden, gespeichert. Jedoch ist sie nicht zentral gespeichert, sondern auf den Rechnern des Bitcoin-Netzwerks aufgeteilt. Jeder Nutzer von der Bitcoin-Währung besitzt eine Wallet, eine digitale Brieftasche, die zur Verwaltung des eigenen Geldes benötigt wird. Außerdem enthält die Wallet kryptographische Schlüssel, die zur Abwicklung von Käufen und Transaktionen nötig sind. Während bei normalen Währungen die Regierungen entscheiden können, wann neue Geldscheine gedruckt und Münzen gepresst werden, muss das beim Bitcoin anders geschehen. Da es keine zentrale Verwaltungseinheit gibt, müssen die Nutzer in gewisser Hinsicht selbst dafür sorgen, dass es neue Bitcoins gibt. Das geschieht durch das sogenannte Mining, manchmal auch Farming genannt. Generell werden durch das Mining neue Blöcke zur Blockchain, also der Datenbank, hinzugefügt. Durch neue Blöcke entstehen neue Bitcoins und werden ein Teil der noch offenen Transaktionen bestätigt. Seit Juli 2016 werden durch jeden neuen Block 12,5 Bitcoins ausgeschüttet. Davor waren es 25 und bis November 2012 waren es ganze 50 Stück. Jedoch ist der Vorgang des Erstellens eines solchen Blocks aufwendig und benötigt extrem viel Rechenleistung. Daher werden die Bitcoins an den Nutzer ausgegeben, der einen solchen Block erzeugt. Gleichzeitig werden alle Gebühren der durch diesen neuen Block ausgeführten Transaktionen an den Nutzer ausgezahlt. Jeder teilnehmende Computer erhält bei Mining eine kryptographische Aufgabe, die sehr aufwendig ist. Dabei wird ein Netzwerk weiter Hash als Zielschwierigkeit gesetzt. Der Computer muss dann einen Hashwert errechnen, der kleiner als diese Zielschwierigkeit ist. Dabei ist dieser Wert ziemlich lang und zudem im Hexadezimalzahlensystem, was bedeutet, dass es statt 10 Ziffern 16 gibt. Zusätzlich zu 0 bis 9 gibt es dabei die Buchstaben A bis F. Jedoch wird diese lange Zielschwierigkeit nicht so systemweit verschickt, sondern als Faktor im Gegensatz zur Zielschwierigkeit des allerersten Blocks angegeben. Das heißt, eine solche Mining-Schwierigkeit von 80.000 bedeutet, dass die Aufgabe 80.000 mal schwieriger ist als die Aufgabe dieser Toshi Nakamoto ausführen muss. Der Faktor ist deswegen so hoch, weil sich die Technik seitdem verbessert hat und das Mining-System optimiert wurde. Das System errechnet nämlich immer nach 2016 erstellten Blöcken einen neuen Schwierigkeitsgrad. Dabei versucht das System die Schwierigkeit so anzupassen, dass die Gesamtleistung des Netzwerks ca. 2 Wochen braucht, um die nächsten 2016 Blöcke zu berechnen. Das bedeutet, durchschnittlich alle 10 Minuten schafft einer der Computer die Aufgabe zu berechnen. Nachdem eine solche Aufgabe gelöst wurde, wird das Ergebnis als Header eines neuen Blocks benutzt. Anfangs wurden übrigens noch CPUs für das Mining benutzt. Später stieg man aufgrund höherer Effizienz zu GPUs um. Eine GPU hat beim Mining 50 bis 100 mal mehr Leistung, benötigt gleichzeitig aber auch weniger Energie. Das liegt daran, dass eine Grafikkarte weitaus mehr solcher Berechnungen gleichzeitig machen kann als eine durchschnittliche CPU mit zwei oder vier Kern. Jedoch gibt es mittlerweile auch spezialisierte Hardware für das Mining. Nach den GPUs wurden größtenteils FPGAs genutzt, was für Field Programmable Gate Array steht. Zwar kosten solche FPGAs vergleichsweise viel, haben aber auch einen geringeren Stromverbrauch und eine höhere Rechenleistung. Anschließend wurden viele ASICs genutzt, welche nochmal eine höhere Rechenleistung haben. Mittlerweile werden jedoch immer mehr und mehr Cloud Netze genutzt. Solche Cloud Netze werden meistens als ziemlich riskante Kapitalanlage genutzt und können die Aufgaben weitaus schneller lösen als herkömmliche Rechner. Dadurch könnte das dezentrale Bitcoin Mining Model, welches ehemals es besonders sicher galt, bedroht werden und anfälliger für Angriffe werden. Wenn nämlich eine Person mehr als 50% der Rechenleistung des gesamten Netzwerkes besitzt, kann diese ungültige Blöcke erstellen, welche aber von mehr als der Hälfte als echt anerkannt werden und damit ungültige Bitcoins erstellen, die aber kein Dienstleister oder Verkäufer annehmen würde. Jedoch ist das trotzdem mit sehr viel Aufwand verbunden und nicht unbedingt lohnenswert. Mining Pools, welche extrem viele Rechner gleichzeitig betreiben und ununterbrochen Blöcke berechnen lassen, gibt es mittlerweile fast schon massenhaft und könnten die ersten sein, die die 50% Marke knacken. Der Mining Pool G-Hash hat dies für kurze Zeit im Juni 2014 sogar geschafft, wurde aber schnell wieder zurückgedrängt. Im Vergleich dazu lohnt es sich für Hobbyminer nicht mehr zu versuchen aus dem Mining Profit zu schlagen. Der Adminer S7 kostet zwischen 500 und 800 Euro und kann 4,73 Tera-Hash pro Sekunde berechnen. Das heißt, er kann mehr als 4,7 Billionen Hash-Werte pro Sekunde berechnen und abgleichen. Im Monat kann man so, wenn es hochkommt, 0,15 Bitcoins erreichen. Umgerechnet wären das ca. 125 Euro. Jedoch wird es immer schwieriger, sich gegen die riesigen Server-Farm durchzusetzen. Wenn man etwas mehr investiert, wie z.B. für den Antminer S9, der ca. 2500 Euro kostet, hat man zwar schon 13,5 Tera-Hash pro Sekunde, aber nur weniger als das dreifache an Bitcoins pro Monat, nämlich 0,35. Das entspricht derzeit ca. 290 Euro. Bei der Rechnung ist jedoch noch nicht der Strompreis eingerechnet. Beim derzeitigen Strompreis in Deutschland ist das Mining ziemlich unprofitabel und man bräuchte auch weitaus mehr als einen Miner, denn von 290 Euro kann man wahrscheinlich kaum pro Monat leben. Man bräuchte sein eigenes Kraftwerk, um die Miner kosteneffizient und dauerhaft zu betreiben. Zudem muss man das verdiente Geld ab einem bestimmten Grenzbetrag auch noch versteuern. Wenn man also doch mit Bitcoins bezahlen will, muss man sich diese wohl doch kaufen. Vielen Dank. . Vielen Dank.